Ist das eine Anspielung darauf? Okay, wir können weiterreden. Yeah! Ja, so ist es. Der New War ist truly over. Ja, ich verstehe. Ich erkläre diesen Krieg hiermit als beendet. Ah, du Lügebeutel, du Elender. Der will nur seinen eigenen Arsch retten, oder? Ich muss mir Randskraft mieten, Lion. Dann geh zu Sixt. Yeah, why not. Gut, 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 gut. Boah, jetzt kommt Cyber-Leo. Cyber. Ich bin hier, Imperator. Du, du bist der Nebel-Dämon. Meine Entschuldigung, Tao bist du's. So hat man mich genannt. Bitte vergeb mich, dass ich Kefka nicht gestoppt habe. Tatsächlich muss ich sagen, dass Leo im Originalspiel wirklich außer wie C18. Ich verwechsel die mal. C18 war doch das Mädel, oder? Ihr wisst, ihr wisst, wen ich meine. Ja, C16, thank you. Thank you. Hätten wir alle nur auf Tricks mit X gehört, dann wären wir diesem Verrat nicht anheim gefallen. Und auf Tao, of course. Geh mir meine Belohnungen, bitte. Bitte. Geh mir meine Belohnungen, aber vorher. Oh, 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 oh. Now I'm very, I'm very gespannt. Message from the Emperor. Ich bekomme. Kingdom of Dalsenia ist befreit. Mistcastle ist befreit. Treasure Space to the West. Und das ist vom Imperator himself. Golden Apple. Prism Cape. Naja. Über die Schleife hätte ich mich tatsächlich mehr gefreut. Aber... Why not? Golden Apple. 100 MP mehr. Wow. Der Erbe, meine ich. Wonderful. Jo, klein. Was geht? Aber warte, es ist eine südliche Stadt von... Oh, genau. Oh, nix und so. Ich kann tatsächlich in diesem Moment meine Party nicht wechseln. Das nervt mich ein bisschen. Das hat mich auch schon im Originalspiel genervt. Aber es geht nicht. Ah, aber wir bekommen demnächst zwei neuerliche Charaktere. Bin mal gespannt. Aber ich glaube, ich weiß schon, durch wen... Strago und Realm ersetzt wurden. Was? Prison Break Final Fantasy Edition. Maybe. Nur halt nicht so schwule Prison Break. Aber Entschuldigung, aber Prison Break ist doch ne schwule Serie, oder? Also. No offense, aber... Ja, ich hab's nie angeguckt. Ich bin ehrlich zu euch. Bäm, bäm, bäm. So, was habt ihr? Es tut ihm doch Krieg geben, solange die Menschen existieren. True story, bro. True story. Ich bin, ich bin zu high, Mann. Ich kann grad nicht unter Menschen. Es gibt ein Leben. Yeah. Yeah. Wo Leviathan auf uns wartet. Ich freu mir. Was? Was ist denn eine Schwule? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Alter. Tau, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum sich das Wort schwul so ehrlich gesagt in meinem Wortschatz manifestiert hat. Ich meine, ich bin in keinster Weise homophobe oder sonst irgendwas, you know? So, wir haben eigentlich den ganzen Kladderadatsch, der jetzt hier gelehrt, gelalalala, den wir jetzt hier, ähm... Und das, was jetzt kommt... Skippen? Yeah, Tifa und Renzo, wuuuuh! Aha. You should get some rest. Yau, hentai, orc. Ach, mein Gott. Also, es gibt Dinge, die muss ich nicht haben. Sagen wir es mal so. Tifa. I love you. The Juggernaut is dismantled. You should get some rest. I will. I will. Aha, Speedtap. Aber echt, Herr Yori. Behalt deine Scheiße für die, Jungen. Ah, Boku no Pico, Alter. Ach, du meine Fresse. Juggernaut hat gesagt, ich liebe dich, Tifa. Ja, wir werden das jetzt mal alles überspringen, ja. Das kennen wir alles schon zur Genüge. Okay. It's time, let's show off. Kommt jetzt Leviathan und wir werden alle sterben. Alle Systeme sind okay. Warum rede ich wie ein Cyborg? Wir sollten bis vor morgen nicht ankommen. Und wir werden wir sterben. Wir werden sterben. Yo, Leo, was geht? Kannst du nicht schlafen? Ich kann nicht schlafen. Ich bin ein Cyborg. Ja, ja. Thank you. Okay, ja, bla bla. Das kennen wir alles schon. Wir wurden angegriffen! Jetzt kommt Super Cloud! Der Dragon Slayer! Es sieht aus wie Amerika! Wo ist Renzo? Schlaf nachholen! Ich bezahle wohl zu wenig! Bitte Ren, geh nach hinten! Das ist meine Aufgabe! Aber ich bin viel stärker wie du! Danke, Tricks mit X! Danke! Come on, Alter! Let's go! Okay, wir haben Leo in der Party! Wird schon passen, glaube ich! Warum kämpfen wir jetzt unter Wasser? Ach, das ist Leviathan! Really? Sah aus wie irgendein Pupster, Alter! Okay, Morph! Now it's time! Warum treffe ich den Scheiß eigentlich nicht? Was kann er denn hier, Alter? Blaster! Ja, sicherlich! Ähm, Thunder Beam? Ooh, sexy Ren! Wie sieht's aus mit Inferno? Die Kuh treffe ich auch nicht, komischerweise! Ah, ah! Ah! Oh wow! Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ne, greifen wir nochmal an. Wie kann ich ihr nochmal Ding heilen? Ich habe keine Ahnung, was die Items hier bewirken. Revitalize of dich. Remedy müsste mich vom Stumm heilen, oder? Och, das war's schon. Äh. Bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Ren sieht schon ein bisschen heiß aus, muss ich sagen. Wie fühlst du dich? Hat meine Magie dich beruhigt? Oho, ich sollte meinen Instinkten trauen. Esper-Blut fließt durch deine Venen. Ja, ich bin Ren, ich wurde in der Esper-Welt geboren. Oho, wie bizarr. Wie es aussieht, bist du hier aus, äh, Gründen. Na los, bring es zu Ende. Nein, ich möchte dir helfen. Ich möchte dein Freund sein. Aha. Ne, wirklich nicht, Hau. Oh nein, was ist passiert? He's done. Irgendjemand helfe. Bitte helfe. Lass mich nicht allein. Please. Ren, du bist nicht allein. Oh, er ist eine Teleport-Schwuchtel. Lass mich deine Wunden heilen. Gib mir deine Kraft. Oh, wow. Tricks mit X ist... Ausgetrickst. Würdest du meine Freunde zurückbringen? Ja, ich verstehe. Dankeschön. Oh, Leo liegt im Wasser. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Auf Wiedersehen, mächtiger Leviathan. Der aussieht wie ein Pupstrache. Hau, danke. ach das ist doch alles wortklauberei wortklauberei was ist jetzt los hier was ist passiert ach ja ich habe schon so eine kleine Missgeburde He's a little Missgeburt Sind wir bald da? Sind wir bald da? Mami, wann sind wir da? Okay everybody! Wir werden in zwei Gruppen aufteilen Wir werden zum Wald gehen You've an clue is as for whereabouts Will you do the same sir, yes sir, yes sir Come on! Come on! Bitchfight? No! No bitchfight Ooh baby! Wir sind der! Okay, ich denke wir müssen jetzt nach Nach hier hin Oh mein Gott, wie seid ihr hergekommen? Ich glaube das ist Lufia Musik, ne? Wo man am Ende auf den drei Inseln ist Ischt, Inschel und Dasch, glaube ich So was haben wir alles Kale Hammer Gold Trident ist nice Throw Knives sind auch nice Soweit ich das sehe Der Gold Trident ist tatsächlich Kale Hammer, den haben wir doch einmal Ja, der wird alles ausrüsten Der Mjölnir Hammer, der ist relativ billow mäßig drauf Okay Was haben wir Gold Shield Werden wir Ist der Rubber Shield besser? Protect again Lightning Yeah, wir kaufen ihn zweimal Was kann die Tiara Boost Magic Kaufen wir einmal Galaxy Scarf Gold Helm Hm Hm Ich glaube zweimal Gold Helme Und dann kaufen wir mal eine Mithril Male Sure Uh, Baby Langsam wird's doch hier Wann war ich in der Party jetzt? Ach ja, Renzo, okay Was bist du? Magic Pot Woop Woop Ah 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 Okay, Baba Yaga ist auch wieder mit am Start Ahem Items zu sparen ist für Pussys Man sollte sie einfach benutzen Sure Hey, da kommt meine Uhr Oh, come on Gib mir das fucking Elixir Mäh Atomic Ball Atomic Ball What a scroll What a scroll Oracle ringer Ninja side Ninja side Was kann das? Where it's black and pin side Ah, okay Oh Okay Nothing Nothing serious here Woah, hey, ein Schweinchen Du weißt, ich weiß von nichts Ja, sicherlich Kein Zutritt Kein Zutritt Du Kein Zutritt Kein Du Tritt Gibt's hier was für mich? Hm Maybe Stamina Tab Ah, was geht da hinten ab? Wo kommt der Team jetzt auf einmal her? Inferno 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 Oh nein, sie gucken da rüber Es ist ein Drache What? Das ist wie, es ist ein rosa Elefant oder so What the hell? Was geht da ab? Inferno Mama, es tut so weh Okay Cure Cure Ha Au, ähm Ich muss wohl einen Hänger haben Ich werde mein Kater ausschlafen gehen Ja Haha Eine Steinachst gefunden Aber Sie ist nicht gut She's not good Gibt's hier in dem Baum etwas? Nope Er sah so Allmächtig aus Ich glaube Pender ist mal eine Runde, würde ich sagen Wow, Strangers Oh hey Dieses Mal ist es anders Sie haben ein Es ist eine Frau und ein Kind Flashback von Renzo Das ist eigentlich so ein Softie Nimm das Geld Es wird bald vorbei sein Ist das ein Flashback, wo wurde Joris Mutter geklatscht hat alle? Aber echt, hey Blatrix Aber echt Jori, wie viel Geld hast du denn bitte in dem Tresor, hey? Dass es sich lohnt ihn auszurauben Meine Mutter wird geklatscht Deine Mutter wird geklatscht, ja Deine Mama Naja Naja, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja mittlerweile Sind wir fertig? Danke Ladezeiten of Doom Mein Ton ist schon wieder ausgegangen Hi Aha Okay Oh, was ist das denn hier? Locked Hmm Very strange Was ist mit diesem Baum? Auch nichts Gibt es eigentlich Gibt es eigentlich jetzt noch irgendjemanden hier, der noch keinen Namen irgendwie hat in diesem Spiel? Möchte jemand Strago sein? Was, Soldatin? Was kann ich für euch tun? Ein weiser alter Mann Der Typ sieht aus wie Fussoya, Alter Es ist Fussoya Ich finde den Namen einfach zu gottlike, Alter Deswegen muss er bleiben, Alter Fuck Strago Hieß Fussoya Guten Tag, Sir, es tut mir leid, aber habt ihr Espo gesehen? Espo? Ja, in meinem Schlafzimmer gestern Shiva, die heiße Schnecke Okay Das ist merkwürdig Wer auch immer gerade gesprochen hat Großvater Fussoya Fussoya Und Realm ist Aiko Ah, Cooper ist auch dabei Um Gottes Willen Was ist das für eine Intrusion? Yeah, Leo ist ein Partymember geworden in diesem Hack Zumindest bis jetzt Okay, das ist also Realm A.K.A. Aiko Yeah We will let it slip Pssst, was auch immer Hey, das sind doch Außenseiter Können sie auch Magie benutzen Oh, sei ruhig Alle ihr zwei seht schon aus wie Ah, was für ein süßer kleiner Hund Geh weg, ihr beißt Vor allem kleine Aikos Das reicht, zurück aus dein Zimmer Leck mich Aiko Was ist das magische Wort? Tu was ich dir sage Bitte Okay, kein Problem Wie hieß Aikos Kupo nochmal in Neun Ich weiß es nicht mehr Hieß sie einfach Kupo? I don't know Mog, Moggy Oh, sie hat schon immer ein gutes Herz für Tiere Das ist ein gefährlicher Hund, den du hast Renzo Komm schon Maggy Come on Kupo 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 Pau 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 Mogu Ich weiß es nicht ehrlich gesagt Ich weiß es nicht mehr Bitte entschuldigt Aiko Das ist ein verschlossenes Dorf Yeah Komm schon Ace Ace Hm Okay Ciao Aiko Ciao Fushoja Fushoja Ich glaube jetzt müssen wir pennen, weil dann fängt es an zu brennen Hahahaha Ren Wo ist Ren? Wow, Leo will Ren vergewaltigen Ich weiß es Ich weiß es einfach This is new Was für ein wunderschöner Abend Und Es ist wirklich erstaunlich und wunderschön, wie die Sterne auf ein Niederscheinen, wenn kein Licht da ist Yeah Gibt es etwas, was dich bedrückt? Ach, ich habe da so eine Sache am Laufen Ich weiß nur nicht, was ich hier tue Wie kommt's? Na ja, es fühlt sich so falsch an Die Stadt Das Schiff Den dummen Krieg, den wir äh kämpfen Ja, ich denke Krieg fühlt sich nie richtig an Ich denke, du hast recht Lass mich über meine eigenen schlechten Witze lachen Puh Bedrückt dich sonst noch etwas? Ich fühle mich, äh, unter Druck gesetzt und bin verwirrt Über diese ganze Aufmerksamkeit Und alle, die auf mich zählen Doch zur gleichen Zeit habe ich mich noch nie so allein in meinem Leben gefühlt Ja, du hast recht, allein zu sein sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen Es ist wirklich eine, äh, bedrückende Emotion Ja, mhm Es ist traurig, wenn man niemand hat, mit dem man seine Träume und Hoffnungen und Ideen teilen kann Dankeschön Das Großartigste, was du im Leben lernen kannst in dieser Welt, meine ich, ist Liebe und geliebt zu werden Wie lerne ich denn, was Liebe ist? Naja, man muss es uns beibringen Meinst du das ernst, was du zu mir auf dem Schiff gesagt hast? Dass du mich beschützen möchtest und auf meiner Seite bleiben wirst? Ja, natürlich Es ist meine, äh, ehre, äh, meine geschworene Pflicht als Gestahlianer, ähm, und so Und als Cyborg Und ich würde lügen, wenn es keine Verbindung zwischen uns geben würde Oh, Baby Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, aber irgendwas Schreckliches wird passieren Ich fühle mich so, als ob wir alle nur von Imperator Gestahl benutzt werden Und ich kann dieses bedrückende Gefühl nicht loswerden Ich, äh, verurteile dich nicht dafür, dass du nicht leicht vertrauen kannst Ich habe meine Existenz dem Imperator verschrieben Ich könnte mir nicht vorstellen, wenn er meine Loyalität verrät Ich hoffe, du hast recht Mach dir keine Sorgen, ich denke, alles wird gut werden Yeah Wie es aussieht, dass du eine Abiliti- Ah, eine Abiliti, genau Hast du eine... Figur Ein Skill, wie keine anderen Ja, Ren ist ein Cyborg, du weißt? Joi, Joi, Alter, ich block dich gleich, ohne die Zäh Deswegen bist du nicht in meiner Party Nein, äh, du hast nur für einen Moment vertraut gefühlt Erinnerst du dich an mich? Nicht wirklich Ich weiß nicht, wer du bist, aber irgendetwas an dir... Es tut mir leid, es ist nichts Weißt du, wenn ich nach Hause komme, hoffe ich, dass ich, äh, zur Ruhe kommen kann Ein Mädchen finden kann und eine Familie gründen kann Wie wär's mit mir? Könnte ich dieses Mädchen sein? Du beliebst zu scherzen Alter, ich spüre grad richtige sexuelle Spannung hier Es... ich verstehe, weil meine... Andere... äh, meine andere Persönlichkeit... Gefährlich aussieht, nicht wahr? Nein, das ist nicht wahr, ich finde dich sehr attraktiv Natürlich finden wir sie attraktiv Ja, wie könnte jemand nur so ein Monster wie mich, äh, lecken... Lieben Ja, Waller, der kriegt gleich einen Riesenständer Denkst du immer noch, dass ich da attraktiv bin? Auch wenn ich so aussehe wie jetzt? Ich denke, du bist absolut wunderschön Ach, mein Gott Was ist? Dieses Gefühl Du fühlst dich vertraut an Das Einzige an dir, wirklich Kannst du irgendwas anderes dich noch erinnern? Ich weiß es nicht Es ist wie ein emotionales, äh, Spiegelbild Gefühle, die irgendwie miteinander verbunden sind Ich hoffe, es sind gute Gefühle Ja, das sind sie wirklich Versteck dich nicht vor deinen wahren Gefühlen, Ren Wir müssen sie ergreifen und an, äh, sie verstehen Kommt nochmal eine Sex-Szene? Was schrecklich ist, ist passiert, Eiko sie Eiko ist in Gefahr? Ja, sie war in Prinnies Haus Ja, natürlich, Alter Da würde ich auch nicht reingehen Ja, ich denke, wenn sie, wenn sie es, äh, richtig krachen lassen Kommt da echt was krasses dabei raus, Alter Ein Mensch-Maschinen-Espor-Hybrid You know? Feuer! Eiko ist irgendwo in diesem Inferno! Eiko! Oh, wir haben immer noch keine Feuerwehr Radar de Cabra Abra Kadabra Kadabra Magie ist verboten Magie? Alter, dein Haus brennt, Alter Es interessiert mich nicht, Eiko ist da drin Nein, Magie ist verboten Ich bin der Bürgermeister Radar de Cabra What? Simsalabim Bürgermeister, bitte Was ist unsere Kraft wert, wenn wir nicht, äh, unschuldige Leben retten dürfen? Ist das Blut da oben rechts? Okay, wir haben keine Wahl Dreh dir zurück! Ey, wir haben Leviathan im Schlepptor Wir können ihn beschwören ohne Flutwelle beschwören, you know? Aber das will halt auch keiner hören Jo, dürfen wir klatschen bitte? Danke! Jaja, wir wissen, wir wissen, was wir tun müssen! Bam, 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 bam Oh, ich mag diesen Soundtrack irgendwie Mein Lufio Soundtrack ist immer geil Oh, er kann sogar Tsunami Und Aquatic Breath Ah, fuck! Naja, man könnte die Flutwelle ja vielleicht auf einen bestimmten Bereich fixieren, you know? Was hat Fussoial? Der Typ sieht irgendwie mega creepy aus, ich weiß nicht warum Muaua Bombe ge- nein Sollte er aufhören mit, äh Ja, mit Ren anzugreifen Beziehungsweise Was ist AK? Achso, ja. Ja gut, er kann ja Blaumagie. Also von dem her... Wow, Tricks mit X. Wow. Wir werden ihr einen... Wir werden ihr die Mermaid Road geben jetzt im Moment. Ich glaube, die macht jetzt erstmal mehr Sinn. Ja, ihr macht mich halt ganz wuschigal mit euren Mobbing-Kommentaren. Unglaublich. Was mache ich noch mit euch? Was mache ich noch mit euch? Ich glaube, ich sollte den Stream jetzt bennen und einfach Bioshock weiterzucken. Kann ich dich umgehen? Danke. Ihr solltet mich vergettern, also nicht andersrum. Nee, Schirke. Gegen euch wollte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen, ey. Ach ja, natürlich, die... Ja, ja, okay. Kleine, geile Fotze, ne? Ich bin irgendwie nur die englischen Namen, also in der englischen Übersetzung gewöhnt. Die deutschen bin ich irgendwie nicht so... Ike spielt, gell? So, wir gehen jetzt mal hier. Yeah, baby. Mermaid Road. Thank you. Shang-Yu! Ah, das ist ja manchmal übel, Alter. Hat einer von euch dieses Bilo-Spiel gespielt? Berserk, Phantom... Äh, ne. Band of the Hawk für die PS4, damals. Diesen Massen-Dynasty-Warriors-Abklatsch, Alter. Ich meine, der war ja schon ganz lustig eigentlich. Aber die Zauber, Alter. Bis die mal gewürgt haben und dann... Wären sie diese Monsterwellen ab. Bla, 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 bla. Ne, ne, in der deutschen Version heißt die Schirke. In der englischen Version Scherke. Scherke, 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 irgendwie so. So, ich glaube, wir müssen jetzt... Oh, come on! Computer sagt, nein! Yo! Was ist das? Oh, es ist die Source. Lava-Dämon. A Lava-Dämon! Was, ne, neue Studentin einlernen? Aha, ja, 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 chillig. Was zur Hölle bist du, Alter? Ja, das hoffe ich doch, dass die willig ist. Aber mal Aquatic Breath, Alter. Blaster eventuell. Ich hab zwar nicht wirklich Hoffnung, dass es trifft, aber, you know. Yeah, sexy Ren is back! Wie wär's mit Icicle? Ich muss sagen, die Musik, Alter, von Mystic Quest, die passt extrem gut hier rein, Alter. Mega gut. Tsunami! Und ist sie nicht willig, so brauch ich Gewalt. So ist es. So ist es. Hat Blaster funktioniert? Ich glaube nicht. Ich hab grad nicht hingeschaut. Warum ist sie denn jetzt wieder weg, Alter? Warum tut sie sich denn immer zurückverwandeln? Ich will sie den Sexy Ren. Ich will sie den Sexy Ren. Ich will sie den Sexy Ren. Wo ist meine Zeit eigentlich? Achso, ja. Die Zeit geht ja weg, wenn man... Ach, da ist sie ja wieder. Ähm. Yeah, wir greifen mal an. Hahaha. Genau so, Alter. Genau so. Ähm, was machen wir denn? Wir machen jetzt mal Q-Row auf uns, würde ich sagen. Okay. Are you dead? Okay. Okay. Eiko, wo bist du Kind? Eiko! Ja, in Madansari, wo denn sonst? Jetzt kommt's, Alter. Ace ist der wahre Endboss dieses Spieles. Oh, Eiko! Oh mein Gott! Oh, meh! Meike! Alle tot. Game over! Bleib zurück, ihr Teufel! Das sieht nicht gut aus. Wir müssen irgendwas tun, sonst sind wir verloren. Nein, 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 jetzt kommt Super Renzo, Alter. Renzo! Fury Claw! Uuuh! 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 What the hell? Die Flammen, äh, sch, äh, wachsen zu schnell. Wie Bäume. Was ist mit Tricks, sag ich schon wieder los, Alter? Der liegt wieder da wie der letzte Lappen, Alter. Uuuh! Mogri? Niko? Magi! Ah ja, Moggi. Ich kann Hilfe gebrauchen. Jetzt kommt's, Alter. Ultima! Uuuh! Uuuh! What? Nochmal der Lava Demon? Oh, come on! Wen kannst du callen, Alter? Ich glaube, wir werden mal eine Morto Scroll einsetzen, wenn ich sie finde. Ich hab mir ein paar gekauft. Warum muss ich zweimal den gleichen Bosskampf hintereinander machen, Alter? Was ist das für ein Scheißdreck hier? Wen ruft er? Ach ja, er kann... What da? Was zum Teufel? Wow! Wow! The Black Walls Action, Alter. Ah, machen wir nochmal. Ja, Mann, das waren die schwarzen Tenöre deluxe, Alter. Okay, jetzt tut er Phönix beschwören. Auch nicht schlecht. Mal gucken, wenn er als nächstes ruft. Vielleicht Bahamut. Okay, Waltherscroll, please. Ja, die waren nicht schlecht. Du kaufst mal normaler, würde ich sagen, jetzt von Anfang. Schon wieder Phönix? Fuck you, Phönix! Gib mir die schwarzen Tenöre, again. Die haben Damage gemacht und sahen cool aus. Ja, ein paar Schuriken schmeißen, würde ich sagen. What, Reflect? Fuck you! Reflektier das, Digga! Oh! Black Cauldron. What the... Hades. Alles klar. Wird aber nicht wirklich was bringen hier. Ach so, einer bist du. Aha, wir greifen mal nochmal an. Ah, he's dead. He's dead! Es geht noch weiter. Gerade wenn man meint, die Gegner können nicht mehr hässlicher werden, Alter. Common Hells Bones. Uh, Dreh-Disaster. Nice. Das ist vielleicht nicht so cool in dem Kampf, aber nice. Nice. Was, dass du immer hässlicher wurdest, oder was? Über die Jahre, oder was? This is not net. This is not nice. Ach du meine Güte, Alter. Müssen wir das jetzt mit jedem Viech machen, Alter. Oh, ein bisschen her. Schneller den ganzen Krusch da, ne? Sag mal. Aha. Beschwör Titan, oder keine Ahnung, Alter. Beschwör uns. Beschwör den Shit-Auto für uns. Diszi-Fo. Es wird immer besser, Mann. Die Namen werden immer besser. So, jetzt wissen wir ja, was wir als nächstes zu tun haben. Wir müssen zum Berg der... Warring Triads und so. Wer zur Hölle bist du jetzt auf einmal? Ach ja. Moggy! Ihr könnt mich ab heute Madi nennen. Ja, Moggy konnte sich ja in Maduin verwandeln. Das stimmt. Oder war ein ganzer Zeit Maduin. Hey, was zur Hölle geht hier ab? Vielleicht könnte eine andere Erklärung helfen. Hey, lass uns gehen! Es fand alles statt, während dem Fall von König Alistair's Schloss. Flashback-Time. Flashback-Time. Und ihr wollt mir jetzt sagen, dass Kefka tausend Jahre alt ist? He's the Shadow Knight. He's die. Und Fusoja kommt nicht auf den Mond. Und nicht auf ihn! Der dunkle Zauberer greift an! Wow. Also ist Kefka in Wirklichkeit der dunkle Zauberer? Der Dark Saucerer? We have a title, my friends. We have a title. König Alistair! Der schreckliche Moment naht. So sieht es aus. Mein Volk hat das Schloss verlassen. Doch Suriel wird sie in Magizidkristalle verwandeln und so. Er wird sich in den Dark God verwandeln. Den Destroyer of Worlds. Und nicht ohne Kopf. Also ist Suriel quasi der dunkle Zauberer. A.K.A. Kefka. Oder Suriel hat sich einfach nur Kefkas Buddy geschnappt. Und versucht ihn dementsprechend. Nirvana Strike! Ua ACHUA! Auch Cento Zucken genannt. Run the Renzo Kucken. Wow. Sexy. Oh, was ist das? Die für die Mapse, alle. Die für die Hänge Mapse. Ah, she's dead. Wer auch immer der Typ ist. Wer auch immer der Typ ist.